Ich finde, dass die Mannschaft sich einfach an die Bundesliga auch dann gewöhnt hat, was in der Bundesliga für Tempo gespielt wird, wie sie es gemacht wird. Entschuldigung. Und dementsprechend auch die Leistung angepasst hat. Dann sind ein, zwei Verstärkungen dazu gekommen, die du brauchst in solchen Phasen. Und dann muss man sagen, leben sie von der Geschlossenheit. Sie leben dann von der Geschlossenheit der Mannschaft. Sie können auf der einen oder anderen Position auch immer mal wieder einen anderen bringen, um da auch die Frische zu behalten. Und dann haben sie natürlich auch mit Gerry Holtmann oder mit Jimmy zwei Spieler, die auch sehr, sehr gute Geschwindigkeit hinbringen. Das heißt, wenn sie tiefer stehen, sind sie auch immer wieder in der Lage, dann auch über schnelle Umschaltsituationen zu kommen. Sie haben einen sehr, sehr guten Mittelstürmer mit Polter, der wieder getroffen hat. Und das sind dann einfach Waffen, die man hat, die man aber dann auf die Bundesliga angepasst hat. Und da muss man natürlich auch sagen, dass sie sich die Spiele auch hart erarbeiten. Wenn man das Pokalspiel sieht, nachdem sie hinten gelegen sind, dementsprechend zurückzukommen, muss ich sagen, haben sie einfach gut gemacht. Und da muss ich sagen, haben sie einfach gut gemacht. Vielen Dank.